Mit den Rundballenteilern von Stoll erledigen Sie die Arbeit mit Rundballensilage bequem vom Sitz Ihres Traktors aus, ohne auch nur ein einziges Mal absteigen zu müssen. Bereits beim Aufnehmen der Ballen werden das Netz und die Folie automatisch durch eine Klemmvorrichtung festgehalten. Für das Öffnen und Schließen des Schneidwerks und der Klemmvorrichtung wird nur ein einziger zusätzlicher Steuerkreis benötigt. Beim Teilen des Silageballens fällt die Folie nicht mit zu Boden, sondern wird vom Rundballenteiler festgehalten. Sie müssen auch hier nicht absteigen, um den Ballen noch einmal anzufassen. Anschließend wird die Folie einfach an der Sammelstelle abgelegt. Das manuelle Aufschneiden von Netz und Folie entfällt beim Rundballenteiler von Stoll vollkommen. Auch um Silage im Stall zu füttern, ist diese Arbeitsweise ideal. Noch nie war das Handling und Teilen von Rundballen Rundballen so einfach, sicher und komfortabel wie mit dem Rundballenteiler von Stoll. Stoll Der Frontlader Spezialist